Schüler, hier sind eure Tests. Danke. Also, an die Arbeit. Oh nein, nicht jetzt. Ein paar böse Jungs rauben einen Laden aus. Gut, ich bin auf dem Weg. Oh Mann, Kate ist weg. Hast du das gesehen? Hey, seid still. Okay, na schön. Das ist dein Job für eine Superspionin. Hier bin ich. Was? War jemand schneller als ich? Wer war das? Keine Ahnung, aber der ist mega cool. Ist sie wieder da? Mir glaubt sowieso keiner. Kate? Wie läuft es mit deinem Test? Oh, sehr schlecht. Professor, bereite dich das nächste Mal besser vor. Susi, wie immer, sehr gut. Du bekommst deine Eins plus. Danke. Hey, ich bin neu hier. Ich bin sehr tollpötzig. Was für ein schräger Typ. Ich werde ihn scannen. Was? Warum klappt das nicht? Okay, noch ein Versuch. Ups, mein Buch. Kannst du es mir geben? Gut, hier. Danke, du bist echt nett. Ich habe deinen Fingerabdruck. Ich habe deinen Fingerabdruck. Ich werde alles rauffinden. Ich überprüfe die Datenbank. Was? Geheime Informationen? Wer bist du? Okay, Kumpel. Wir sehen uns später. Niemand ist hier? Sehr gut. Was hat der da verständ? Heiliger Spind. Nächstes Mal klappt es. Ich brauche diese Karte. Hat sie. Die gehört mir. Sie ist so hinterhältig. Hi, wer hat deine Pizza bestellt? Was? Egal. Es ist sowieso keine Pizza. Freeze. Agent K. Agent Sky. Kommt mit. Was? Er? Ist auch ein Spion? Chef, was macht ihr hier? Wer ist das? Dein Partner. Von jetzt an seid ihr ein Team. Hier ist eure erste Aufgabe. Nein, wartet. Setz die hier zuerst auf. Eine Anti-Hypnose-Brille. Alles klar. Und jetzt? Pass gut auf. Hey, Naschkatze. Ich weiß, wonach du suchst. Du willst meinen unverwechselbaren Greedy Bob-Schokoriegel. Lass dir deinen Tram-Snack nicht entgehen. Kaufe Greedy Bob. Jetzt. Greedy Bob. Greedy Bob. Ich würde gerne ein Greedy Bob bestellen. Lieferung. Greedy Bob wird dein Herz zum Klopfen bringen. Oh, meine grünen Babys. Greedy Bob. Jetzt verkaufen wir nur noch Greedy Bob-Riegel. Exklusiv. Habt ihr aufgepasst? Darf ich ihn mal probieren? Nein. Der macht super süchtig. Ihr müsst vorsichtig sein. Hier ist euer Auftrag. Ihr müsst den Hypnose-Lolli zerstören. Als Team. Okay. Alles klar, Chef. Diese Brille? Nee. Ich werde diese nehmen. Oh, was ist das? Wir haben Gäste. Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Los an die Arbeit. Was ist denn da los? Danke für eure Arbeit. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Das war einfach. Bleib hier. Wir sind hier. Stehen bleiben. Na los. Fahr los. Beeil dich. Mach schon. Ihr kriegt mich nicht. Du entkommst uns nicht, Bob. Oh, das wusste ich nicht. Das war's. Ich muss hier raus. Ihr kriegt mich nicht. Stopp. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ja, ich auch. Was? Ihr kriegt nicht mein Hypnose-Lolli. 1 zu 0 für Bob. Das war's. Ich hab genug von dir. Ich hasse Netze. Lasst mich raus. Ich kümmere mich um den Safe. Ich werde ihn öffnen. Ich kenn den Code. 1, 1, 1, 1. Ups. Das war ja klasse. Ich hab eine Idee. UV-Scan. Cool. Und noch eine Figur. Super. Hier sind zwei weitere Figuren. Siehst du? So macht man das. Nein, es funktioniert nicht. Kein Wunder. Das ist mein Smartphone-Passwort. Ich mach ein Foto von euch Losern. Echt jetzt? Das ist nicht lustig, Bob. Stimmt. Der Greedy-Bob-Riegel macht doch süchtig, oder? Ich werde es ausprobieren. Mh, so lecker. Ich will noch ein. Bitte. Hast du Hunger? Ja, ja, ja. Zuerst musst du das Passwort für den Safe eingeben. Ich werde alles tun. Er ist offen. Jetzt gib mir den Riegel. Ich blähe dich an. Verabschiede dich von deinem Lolli, Bob. Was ist das? Wie kann man das nur essen? Eklig. Äh. Ich bin eigentlich kein Fan von Schokolade. Was? Oh nein. Mein Hypnose-Lolli. Das werdet ihr noch bereuen. Lass mich raus. Hey, ich rede mit dir. Ich werde zurückkommen. Schon wieder? Na gut. Eine neue Mission. Hey, Leute. Ich aktiviere die Klassenglocke. Super. Es kann losgehen. Da bist du ja. Jetzt läufst du nicht mehr weg. guter Schlag. Gut, das Schlag. Oh, ich bin spät dran. Du wartest, bis die Polizei kommt. Und bleib hier. Hm. Was war das? Kate? Mein Stift. Oh, den brauche ich. Was? Was? Das hättest du nicht tun sollen, Alex. Hey, was ist denn mit dem Stift los? Ist der etwa auch kaputt? Warum kommt der Rauch raus? Alex? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Vielleicht ist das Karma. Hm. Ich werde es lieber sein lassen. Ich werde es lieber sein lassen. Oscar. Es ist endlich passiert. Er will mit mir ausgehen. Ich werde es lieber sein lassen. Bleib hier. Hey, Chef. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen, Agentin Kate. Komm mit. Also, pass auf. Sieh zur Tafel. Er ist unser neuer Bösewicht. Er sieht fies aus. Hab ich verschlafen oder was? Es ist nur Alex. Schlaf weiter. Also, zurück zu unserem Schurken. Der ganze Planet ist in Gefahr. Ich kümmere mich darum. Dir ist kalt und du bist einsam? Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ein flauschiger Bob-in-Vormantel. Oh, du frierst. Ist dir kalt? Zieh diesen Mantel an. Der ist warm und weich wie Kartoffelbrei. Die Bob-in-Vormantel enthalten den besten Stoff. Kauf ihn heute, damit du morgen nicht frierst. Und? Wie weich? Super. Cut. Das hast du gut gemacht, Bob. Das war's. Gib mir den Mantel und hau ab. Oh, ich brauch mehr Umsatz. Ich liebe Pelzmäntel. Pelzmäntel sind meine Schwäche. Oh, mein Schatz. Du wirst das nächste Meisterwerk der neuen Winter 23 Kollektion sein. Hässlich. Dieser Pin passt nicht zu dir. Meine Mäntel werden die ganze Welt erobern. Denn ich hab einen Plan. Er befindet sich auf diesem USB-Stick. Ich werd alle Kühlschränke der Welt öffnen. Und der Planet wird vereist sein. Und dann werden alle anfangen, meine Mäntel zu kaufen. Friere den ganzen Planeten ein. Oh, ja. Ich bin genial. Komm schon, Temperatur. Sinke. Das ist eiskalt. Ich brauch eine heiße Tasse Tee. Kochenes Wasser. Eis? Wie kann das sein? Moment. Warum ist mein Kühlschrank offen? Deswegen ist es so kalt. Komm, geh schon zu. Hey. Was für ein fieses Gerät. Das stimmt was nicht. Was sagt die Wettervorhersage? Eilmeldung. Kühlschränke auf der ganzen Welt öffnen sich auf mysteriöse Weise. Und jetzt ein Livestream aus Thailand. Unsere Reporterin wird euch alles über das Wetter am heißesten Ort der Welt erzählen. Es ist furchtbar kalt hier. So kalt war es hier noch nie. Ich brauch ein Mantel. Was? Hi, meine Eiszapfen. Unsere Bob und Föhr Mantel-Auktion beginnt. Und das Startangebot liegt bei einer Million Dollar. Wer ist bereit, eine Million zu bieten? Nummer sieben. Super. Zwei Millionen. Nummer zehn. Zehn Millionen. Zwanzig. Wer ist bereit, fünfzig zu bieten? Oh, Weste. Husch, husch. Nummer neun erhüllt das Gebot. Nein. Ich biete zweihundert Millionen. Zweihundert? Ich sehe dreihundert. Vierhundert. Tausend. Verkauft. Juhu. Glückwunsch. Du kannst ein pelziges Meisterwerk haben. Hä? Ich? Gut. Hab dich. Was? Sie hat eine Waffe. Sie hat eine Waffe. Du bist verhaftet, gemeiner Bob. Lass mich so vergehen. Danke für dein USB-Stick. Gib ihn zurück. Der gehört mir. Jetzt muss ich nur noch das Programm starten. Du bekommst gar nichts. Es gibt immer noch einen Plan B. Die Schurken verpesten schon wieder die Luft. Das war's, Bob. Jetzt reicht's endgültig. Hier ist dein Hauptquartier. Es wird eine ziemliche Challenge sein, da reinzukommen. Wer ist der Coolste? Genau. Ich. Eine Spionin. Du kommst nicht in meine Höhle. Laserschutz aktiviert. Oh. Ich muss vorsichtig sein. Was hab ich in den Yoga-Stunden gelernt? Was? Puh. Es hat geklappt. Der Anzug gehört in den Müll. Wohin jetzt? Ich geh in den Lüftungsschacht. Hier war ich doch schon. Hab ich mich verlaufen? Was? Ein Sportler und ein Nerd? Nee. Das ist ein anderes Video. Hagi-Wagi? Ich wusste nicht, dass er gerne zockt. Oh nein, 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 nein. Hi. Und bye. Oh, mein Geld. Ich liebe Geld. Ich liebe jede einzelne Münze. Das Böse wird bestraft werden. Wo ist der Laptop? Los geht's. Ich deaktiviere das Welttiefkühlprogramm. Nicht so schnell. Freeze. Ein frisch eingefrorener Spion. Ich bin so genial. Hast du das gesehen, meine Pilzkönigin? Ich hab's geschafft. Bob and Fer wird dich zum Schnurren bringen. Oh, kannst du die Eingabetaste nicht erreichen? Du Arme. Du kannst dich nicht bewegen. Du hättest mein Mantel kaufen sollen. Ich hab's fast geschafft. Ja. Was? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen. Schau in den Spiegel, Bob. Lehn dich zurück, Schurke. Und ich nehm den USB-Stick. Oh, mein Date. Ich bin spät dran. Es ist Zeit für Plan 10. Das ist für dich, Kate. Du bist so schön. Oh, danke. Was möchtet ihr bestellen? Das Tagesmenü, bitte. Was nimmst du, Kate? Das ist für dich, Kumpel. Das Date ist vorbei. Hol dich aus. Komm. Ja, Chef.